Vorsorgecheck der BIC. Beim Einloggen in meine BIC ist Heike aufgefallen, dass ihre letzte Vorsorgeuntersuchung schon vier Jahre her ist. Das hätte sie nicht gedacht. Heike ruft bei der BIC Direktgesundhotline an und natürlich klärt die Dame im Callcenter Heike sofort auf, wie oft sie Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen kann, beziehungsweise welche in ihrem Alter gerade notwendig sind. Aber welche Vorsorgetermine stehen denn für die anderen Familienmitglieder noch an? Da erinnert sich Michael an den Vorsorgecheck der BIC. Dort gibt man einfach das Geschlecht und Alter an und bekommt die jeweiligen Vorsorgeuntersuchungen angezeigt. Und von diesen gibt es jede Menge. Angefangen bei den Untersuchungen für Kinder, Krebsvorsorge einmal jährlich für Frauen ab 20 und Männer ab 45 Jahren, der Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs für Frauen zwischen 9 bis 25 Jahren, der jährlichen Prostatauntersuchung für Männer ab 45 Jahren, dem Hautkrebsscreening, dem Mammographiescreening Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, der Dickdarm- und Rektumuntersuchung jährlich ab 50 Jahren, der Darmspiegelung zwei Untersuchungen im Abstand von 10 Jahren ab 55 Jahren, bis hin zum Vorsorgecheck ab 35, zu dem die Erfassung des Risikoprofils, Blut- und Urinuntersuchungen gehören. Aber auch individuelle ambulante Vorsorgen und Kuren sind auf der Website der BIC zu finden, wie auch Burnout-Vorsorge und Präventionskurse. So bekommt jedes Familienmitglied die aktuelle Vorsorgeuntersuchung, die es im jeweiligen Alter und Geschlecht benötigt. So können frühzeitig Krankheiten erkannt bzw. vermieden werden.